Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken, schnurlosen Rasenmäher, der große Rasenflächen mühelos bewältigt und gleichzeitig leise arbeitet? Der Bosch Advanced Rotec 36V 44750 könnte genau das Richtige für Sie sein. In diesem ausführlichen Testbericht werde ich alle wichtigen Funktionen, Vorteile und eventuellen Nachteile dieses Rasenmähers beleuchten, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob er Ihren Bedürfnissen entspricht. Der Bosch Advanced Rotec überzeugt durch sein modernes Design und zahlreiche nützliche Funktionen. Er ist ausgestattet mit einem leistungsstarken 36V Lithium-Ionen-Akku, der speziell für größere Rasenflächen von bis zu 750 Quadratmetern entwickelt wurde. Die 44 cm breite Schnittfläche und die 7 einstellbaren Schnitthöhen ermöglichen eine präzise Anpassung an verschiedene Rasenbedingungen. Ein besonderes Highlight ist das ProSilence System, welches den Geräuschspegel während des Betriebs erheblich reduziert. Die ergonomischen Ergo-Slide-Griffe sorgen für eine komfortable Handhabung und erleichtern das Manövrieren des Mähers. Die 50 Liter Grasfangbox mit einer Anzeige für den Füllstand macht das Entleeren des gesammelten Grases besonders einfach und effizient. Der Bosch Advanced Rotec ist zudem mit einem Stahlmesser ausgestattet, das nicht nur Gras schneidet, sondern dank der Leaf-Collect-Funktion auch Laub aufsammelt. Dies macht den Mäher besonders vielseitig und praktisch für die Gartenpflege. Möchten Sie mehr über den Advanced Rotec erfahren oder ihn kaufen, schauen Sie in die Beschreibung und folgen Sie dem Amazon-Link. In diesem Abschnitt gehen wir auf einige der weniger positiven Aspekte des Bosch Advanced Rotec ein. Preis. Nicht der günstigste, schnurlose Rasenmäher auf dem Markt. Mulchfunktion. Der Mulchstecker ist optional und nicht im Standardlieferumfang enthalten. Trotz dieser kleinen Nachteile bietet der Advanced Rotec zahlreiche Vorteile, die ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für viele Gartenliebhaber machen. Leistungsstarker Akku. Der 36 Volt Lithium-Ionen-Akku bietet genug Energie, um große Rasenflächen bis zu 750 Quadratmeter zu mähen. Geräuscharm. Das ProSilence-System reduziert den Geräuschspegel erheblich, was den Betrieb angenehmer macht. Ergonomisches Design. Die Ergo-Slide-Griffe sorgen für eine komfortable Handhabung und erleichtern das Manövrieren. Schnittpräzision. Die 7 einstellbaren Schnitthöhen ermöglichen eine genaue Anpassung an unterschiedliche Rasenbedingungen. Leaf-Collect-Funktion. Das Stahlmesser schneidet nicht nur Gras, sondern sammelt auch Laub auf, was den Mäher besonders vielseitig macht. Einfache Lagerung. Die zusammenklappbare Grasfangbox und das kompakte Design erleichtern die Lagerung des Mäher. Haben Sie eigene Erfahrungen mit dem Bosch Advanced Rotec? Hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie Ihre Meinung. Der Bosch Advanced Rotec ist ein leistungsstarker und vielseitiger schnurloser Rasenmäher, der sich besonders für größere Rasenflächen eignet. Dank des leisten Betriebs und der ergonomischen Gestaltung wird das Rasenmähen zu einer angenehmeren Aufgabe. Trotz des höheren Preises und der optionalen Mulchfunktion bietet dieser Mäher zahlreiche Vorteile, die ihn zu einer lohnenswerten Investition machen. Wenn Ihnen dieser Testbericht gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie dem Video einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Rasenmähen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.